Das war für Timid, weil er den neuen Code nicht hat. Oh, warte, ich glaube, beim Mapwechsel muss man die Settings neu laden. So viele Settles, Chat, so viel Arbeit. Danke. Party! Enten-Party. Okay. Timid noch. Timid steht immer am Schrank. Ja, sorry. Ach du Scheiße. Wow, danke. Danke, Möder. Oh, hallo. Oh, hallo. Hallo. Ist das eine schlechte Anmache von Minou? Ja, ich möchte jetzt sein Gender nicht assume, wer weiß. Ach so. Na ja. Dankeschön für die letzte Runde übrigens, Minou. Ja, gerne. Süß ich bin. Ja, toll. Nein, nein, bitte nicht. Drei. Zwei. Nein. Eins. Eins. Timid. Nein, 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 nein. Timid, ich komme hier nicht. Nein, nein, nein. Timid. Natürlich. Timid. Au, in die dunkle Gasse will Timid. Hilfe, nein, 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 nein. Hey, was wollt ihr denn alle hier? Ich geh mal weg. Hallo, was ist denn hier los? Ich muss mich kurz bedeckt behalten, gehalten, was? Verdeckt halten, damit ich die Rollen meines Mimics aus, äh, rausfinden kann. Was? Was? Aber so kann ich Knecht... Knecht, die wollte euch was sagen. Knecht, die sagt das mal. Äh, wie riecht's in der Villa Kunterbunt? Nach Pipi. Grün. Nach Pipi. Hat jemand reingeschissen. Es ist niemand tot. Ich glaube Knecht, die wollte Dodo nur auf Sicherheit gehen. Also ich wäre nur, weil Dodo auch schlecht sind. Nee, nicht zwar aber hintereinander, Dodo über Witz. Hätte er klappen können. Ich nehm's fürs Team. Oh, oh, okay. What the fuck? So ist das gerade auch nicht. Fast sogar nur vier Votes von vier... Junge, warum ich? Was hab ich gemacht? Das fragst du noch? So, erstmal gucken, was Dalo ist. Was haben wir gerade gemacht? Ich hab Geld gedruckt. Komm mal mit. Ich hab grad Item stehen gehört. Ich dachte, das kam von dir. Was denn? Du bist Muffling. Wo weiß er das? Spy. Okay, cool. Vor mich umbringend. Hallo Kamikaze Krieger. Hallo, holla. Hallo, holla. Was geht ab? Hast ein Baguette für mich? Willkommen, Willkommen in meine Bistro. Das kann ich für sie tun. Ich muss hier irgendwas... Nimm meinen Bag. Hier, nimm ihn. Ja, klar, Franzi. Zugriff! Das ist der Türsteher. Wir haben frische Baguette. Draußen ist so ein Zug gewesen. Hier ist doch gar kein Bahnhof. Ne, oh, jo. Ja! Hier sind wir rein. Willkommen, willkommen. Hallo, ich kann meine Gäste begrüßen. Mödo und danke für 200 Minuten. Was? Wie ist sie geschaut? Ich wurde eingesperrt. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Aber auf jeden Fall liegt sie. Ich, Mann. Hm, Franzi. Wo liegt sie denn? Allerdings. Ähm. Direkt hinter dir. Was? Nein, also nicht ganz oben. Über der Bank müsste das sein. Also, ich wurde von Baloui und Gipi eingesperrt beim Polizisten. Ja, wir kam keiner entgegen. Wir sind also Richtung Bar gelaufen. Über der Bank. Und die Täter müsste eigentlich entweder nach unten über den Platz. Das ist keine Bar, das ist ein Bistro. Oder... Ist der gerade entstanden, der Kim? Der muss schon länger sein. Das muss wahrscheinlich, als die Türen zugegangen sind. Dann könnte es Timmit sein. Achso. Nein, nein. Der ist nicht gut, Yoshi. Weil Timmit kam runtergelaufen. Und ich glaub... Nein. Ich bin dir auch für mich sicher, dass Timmit hier nie aufgeworfen hat. Wer war vor der Bar? Holla und Idis. Und wo? War Timmit bei euch? Oder ist denn unsere anderen dabei gelaufen? Ja, ja. Timmit war mit uns in der Bar. Als die Türen zugegangen sind. Als die Türen zu waren ist er runtergelaufen. Timmit war in der Bar, als die Türen zu waren. Er war in der Bar. Ja, ja, ja. Mit Franzi und Elfi. Da ist noch jemand rausgewendet. Als die Türen zu waren, die Türen sind zugegangen und Timmit war schon drin. Wie lange ist der Kicht denn her? Timmit ist von oben nach unten gelaufen. Das kann glaub ich keiner sagen. Und in der Bar stand Timmit auch drin, als die Tür wieder aufging. Ja. Aber der Wend ist doch zu. Die Tür war zu links. Moment, ist der Wend? Nee, die Tür war aber zu links. Der konnte da nicht hoch wenden. Der ist ja auch durch die Tür gekommen, als sie noch offen waren. Richtig. Nein! Als die Türen zu waren, ist mir ein Timmit links entgegengekommen. Ja, das war ich. Dann war's aber nicht der Tim. Doch, er sagt doch selber, Timmit hat doch gerade gesagt, dass er es war. Ich bin sehr verwehrt. Ich auch. Und ich hab dir mein Baguette anguckt. Guten Nacht, Yoshi-Place. Ich bin nicht mal nur zwei Rollen, das ist sogar wenig. Jetzt mal, wer das Items ist und dann können wir den Mimik erpressen. Ich bin böse. Und? Ich guck jetzt, wer das Items ist. Okay. Ich guck jetzt, wer das Items ist. Ja? Oh. Wer? In der Mitte von uns steht ein Betrüger. Hallo. Ich weiß. Ich bin nicht böse. Oh, was ist hier denn von der Versammlung? Nao. Auf geht's, Team! Let's go! . Hallo! 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 Ich kann die Handisch. Warum nicht? Ich bin Philipp! Ich kann nicht! Weil wir gehen da wieder hin. Wir gehen da ja wieder hin. Ja, ja. Wir gehen wieder und tun so. Lass mich zuerst rausgehen. Ich bin Franzi, da. Ich bin Franzi, da. Okay. Hä, Franzi? Oh, was denn? Oh, die sagt ja gar nicht. Was ist das hier? Mann ey, Franzi. Das ist ja wild, was du da gemacht hast. Komm, wir müssen jetzt suchen und alle Angriff. Ja, ja, ja. Wir brauchen jetzt einen Attack. Wir sind im Knast bestimmt. Lass, lass. Einfach drüber herfliegen. Keiner da. Bar, in der Bar, in der Bar. Können Sie klug? Können Sie klug? Auf geht's! Boah, war das strong. Oh mein Gott. Das war übel gut. Warum hatten Sie die Tane? Warum hatten Sie die Tane? Warum hatten Sie die Tane? Im Mistro? Mit der kurischen französischen Montrealer bist, oder? Ich hab mich als Tim mitgemorfen. Mit irischer Musik. Ah, ja. Ich hab den Juli... Ich hab den Juli... Der ist mal halt Double-Kill gespielt. Die hatten keine Chance. Der hat das Tim mitgemorfen. Der ist aber gemein. Das hat alles zwei Runden Vorbereitung gebraucht. Erst geguckt, was Tano ist. Dann geguckt, was Items ist. Das hatёт dereret, was litig! Und joh of Ten should die Tane? Die Tane? Was Their microphones zu responsibilities? Warum so?